In diesem Video möchten wir Ihnen kurz zeigen, wie der GoPro Trader und MetaTrader, wie diese beiden Softwares zusammenarbeiten. Wenn Sie das bei sich selbst installieren möchten, vereinbaren Sie einen Termin mit einem Service-Mitarbeiter, der richtet Ihnen dann den GoPro Trader und den MetaTrader, gemeinsam ein. Was ist dazu notwendig? Sie benötigen als erstes bei forex.com ein Konto und dann kann man dieses mit dem GoPro Trader verbinden. Und hier, wir haben schon einmal eine Order eingegeben im DAX und jetzt wollen wir diese Order schließen. Dann sehen Sie auch, dass beide Orders gemeinsam gespiegelt werden. Also wir schließen jetzt die Position, das machen wir hier im GoPro Trader. Wir könnten das auch im MetaTrader-Konto machen, aber hier für die Demonstration reicht das auch im GoPro Trader. Also wir klicken hier auf den Button Alle schließen. Und Sie haben das gesehen, die Order ist im GoPro Trader geschlossen worden, ist jetzt hier bei den geschlossenen Orders aufgeführt. Und auch im MetaTrader-Konto sehen wir hier unten, wir schauen mal in die Konto-Historie hinein und da sehen wir diese Position im DAX. Also relativ einfach, einfach einen Service-Mitarbeiter anrufen und dann können Sie im MetaTrader Ihre Expert Advisor noch handeln lassen. Und Sie können aber auch diese hervorragenden Tools im GoPro Trader verwenden. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020